In der letzten Folge haben wir uns angefangen ein bisschen aufzurichten, haben uns einen Spot gesucht, wo wir wohnen und jetzt heute würde ich gerne meinen gehen, das tun wir auch. Und hey, jetzt haben wir ein bisschen Holz auch, dann würde ich sagen, gehen wir ab in die, suchen uns eine schöne Höhle und gehen dort ein bisschen meinen. Und zu Anfang würde ich noch schnell die Schwierigkeit ganz leicht stillen, sonst müssten wir ja verrecken während der Höhle wegen Hunger, das wollen wir doch nicht. Wäre schön, würden wir jetzt noch eine Höhle finden. Nö, auch keine Höhle. Spend mal, jetzt. Nein, nein. Jetzt fülle ich in das Loch. So. Kann doch nicht so schwer sein, eine Höhle zu finden. Na komm, gib mir eine Höhle. Ich will graben gehen. Ja, das ist jetzt die zweite Folge, die ich aufnehme, von der Aufnahmesession. Ähm, die erste Folge sollte schon am Hochladen sein. Am Hochladen sein, am Deutschkurs auch nicht. Ähm. Ja. Ja, mir fehlt eigentlich fast immer was, dass ich so was reden kann. Mir fehlt einfach nie so ein paar Themen ein. Wenn ich mal was anspreche, aber es sind so kürzester Zeit. Ähm. Schon wieder durchgelabert. Das ist ein bisschen asozial, naja. Mir fehlt auch so die Idee für, ja, also, für Themen, die man ansprechen könnte. Und hör auf zu sneaken. Gib mir dein Fleisch. Schwein. Ähm. Hier haben wir eine Höhle, endlich. Ich glaube, es ist sehr dunkel für euch. Ich kann das schwer einschätzen. Darum stelle ich mal die Helligkeit ein bisschen höher. Wow, das war die Höhle. Oh Mann, haben wir eigentlich ja gar kein Glück. Wir gehen hier gleich rein. Hier haben wir noch was. Äh. Ich mache schnell einen kleinen Cut. Ich suche mir mal eine rechte Höhle. Dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder. So, da bin ich wieder. Hab endlich eine Höhle gefunden. Ähm. Ähm. Dann würden wir die mal ausbeuten. Äh. So. So. Pamiert das Eisen ab. Zack. So. Hoffentlich habe ich noch eine tiefe Höhle. Da habe ich noch ein bisschen mehr Eisen. Oh, das ist gravier. Soundabstehen ist zu laut für euch. Ähm. Hier habe ich noch ein bisschen Kabel. Äh, Kabel. Eisen. Noch mehr. Gebt immer nur her damit. Was ist das? Äh. Äh. Meine liebe Brigade, irgendjemand hat mir was geschrieben. Äh. So. So. Zack. Noch mehr Eisen. Gebt immer nur her damit. So. Zack. 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 Oh. Hm. Ähm. Ähm. Wie. Wenn ich hier mit dem Höhle schließe, Ich habe noch nicht. So, haben wir auch noch Eisen? Ziemlich viel Eisen, das freut mich, jaaa. Zack, hier noch mehr Eisen. Ich habe kein Essen. Ja, das kommt eigentlich, ich bin zwischen der Aufnahme schnell noch gestorben, wegen einem Creeper. Es war nämlich auch noch Nacht. Darum musste ich noch mal ein bisschen mehr sammeln gehen. Ähm. Aber. Ah. Nein. Nein. Nein.